Weiter geht's beim Mario Kart Wii Custom Toy Grand Prix Revolution mit dem Blumenkarp Seasonal Circuit. Ich darf gespannt sein. Okay, mach schon. So, Herbstbereich. Und da haben wir den Winter. Interessant. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Ist schon eine interessante Strecke, ja. Wow. Oh, das ist gut zu sehen hier. Das war der letzte. Zeit für eine Überrundung. Sind die extra so langsam? Was war das jetzt? Gut, die erste Strecke hinter uns. Sieht aber gar nicht gut aus. Trotzdem nach vorne. Krass. Krass. Mit Starway. Sieht geil aus. Was? Immer nur Herdabit. Was? 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 Oh, keine Ahnung. Oh Gott, Thruller hat gerade versagt. Ich weiß nicht warum, aber mein Kontroller hat irgendwie gerade versagt. Oh, Alter. Das ist brutal hier. Hä? Also Leute, ich schwöre bei weitem irgendwas zu Studienwagen nicht. Ich weiß gerade echt nicht was das steht. Das ist so eine der Steuerung, ja. Holy Crap, ey. Alter, ist das knapp. Mann, Steuerung, bitte. Nein, das Reilend Hills. Gosh. Oh, gosh. Oh. 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 WTF? Scheiß Pocky, ey. Oh my god. Alter, mein Team muss dringend nach vorne, ey. So nicht weiter. Sehr interessante Strecke. Keine Ahnung, was das werden sollte. Alles klar? Läuft. Okay. 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 Nice. Boah, das hat uns ordentlich Punkte gegeben, ey. Letztes Rennen. Citrus Wedding, Alter. WTF? Was ist das jetzt schon wieder? Say what? Äh, ja. Hi? Erstmal? Oh man. Oh man. Was ist das nun schon wieder? Meine Steuerung versorgt schon wieder gerade. Oh Gott, was ist das denn nun schon wieder? Ich bin irgendwie schneller als die CPUs. Wie könnte die CPUs sein? Die CPUs ist hier ganz schön fies, ey. Du warst schon überrundet? ETF? Du Bastard! Vier Runden? Willst du mich verarschen? Äh, fünf Runden? Ja. Ganz ob die Strecke jetzt so klein wie es sei. Schließlich geht die Garanten zu minuten. Also die wird schon recht lang. Also fünf Runden hätten es hier nicht gebraucht. Unbedingt. WHAAAT? BITTE! Ich verstehe das nicht. Warum versackst du nicht meine Steuerung? Ich hasse es nicht. Du bist ganze Maier! Du bistありがとうございます! whatever. Ja, klar! Du bist eine der, ich stehe. Und jetzt weil sie das nicht mehr markinget, geht um die really Jay-Mont als prototymas固ilen. Um zu Brot aus starring Michigan 2. Acht mit ihr Beides? ich muss noch einmal gucken was mit der staunen los ist ich weiß es momentan nämlich nicht bis zum nächsten mal und schau